Meine Erfahrung in der Jugend ist eigentlich bis jetzt, dass die Jugend halt nicht nur in der Kirche hockt und einem Priester zuhört, sondern nach dem Gottesdienst auch einfach mal Spaß haben kann im Park, einfach mal mit sich mit anderen jungen Christen treffen und halt einfach auch mal Meinungen austauschen und einfach eine tolle Zeit haben. Jugendgottesdienste, Jugendstunden und Jugendwochenenden, sehr, sehr tolle Ereignisse einfach, wo die Gemeinschaft einfach im Vordergrund steht und das ist mir auch mit das Wichtigste auch einfach. Die Jugendstunden und Jugendaktivitäten, dann auch noch das Miteinander, dass wir uns auch mal zusammensetzen und über alles Mögliche reden. Es gab auch schon einen Jugendspieleabend, wo ich eingeladen war, aber ich war leider an dem Abend krank und konnte deshalb nicht mitkommen. Aber die anderen drei Konfirmanden haben gesagt, dass das ein sehr cooler Abend war, weil alle miteinander gespielt haben und auch viel geantwortet wurde und alle viel Spaß gehabt haben. Als sehr eingeschlossene Gruppe, also was jetzt aber nicht so heißt, man kommt nicht rein, einfach als Gruppe, die gut zusammenhält und zusammenpasst. Offen und sehr freundlich gegenüber Neulingen. In der Jugend sehr, sehr vielfältig war, weil man auf der einen Seite halt die Gottesdienste hat, wo man wirklich zur Ruhe kommt, über Sachen nachdenkt, mit Gott kommuniziert. Aber eine Stunde später sitzen wir dann alle zusammen im Impuls oder im Park und haben einfach nur eine schöne Zeit. Dadurch, dass ich schon Chormitglied bin, habe ich mit einigen schon Kontakte geknippt. Dann bin ich auch, dann habe ich zwei Cousins, die in der Jugend sind. Dadurch komme ich an manche Kontakte ran und habe schon ein paar Freundschaften geknippt. Kontakte zur direkten Jugend habe ich zurzeit leider nur in unserer Gemeinde, Corona-bedingt. Aber wir haben trotzdem noch immer versucht, mittwochs bzw. nach dem Gottesdienst mittwochs nochmal irgendwie zu McDonalds zu fahren oder einfach nur Spaß zu haben, dass man trotzdem noch als Jugend vereint bleibt. Und ich glaube, es ist überall so, dass man halt mit manchen dicker ist und mit manchen halt eher weniger. Aber eigentlich kann ich schon sagen, dass unsere Jugend eigentlich eine gute Kameradschaft hat. Einerseits habe ich natürlich meinen Bruder und meinen Dad und andererseits meine alten Freunde, die ich in Kinderkur oder so kennengelernt habe, die jetzt in der Jugend sind, zu denen ich weiter Kontakt pflege und auch Kontakt pflegen werde. An unserem Konfirmationswochenende, wo wir eigentlich Konfigur gehabt hätten, wurde uns auch geschrieben, willkommen jetzt in der Jugend und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, auch wenn ihr noch nicht richtig konfirmiert seid. Das war sehr schön. Ich glaube schon, also ich hoffe es und ich denke es eigentlich auch schon, ja. Dadurch, dass halt ich schon Freunde kenne, die dort in der Jugend schon sind, habe ich auch da einfach eine Verbindung zu der Jugend, die sehr praktisch ist, womit man auch besser aufgenommen werden kann. Ich fühle mich definitiv angenommen, weil, naja, quasi mein Tag eins war der internationale Jugendtag, wo einfach alle richtig gut drauf waren, eine Bombenstimmung war und hast du nicht gesehen. Und deswegen haben die mich quasi direkt mit reingeschubst. Ich habe wirklich erstmal 1-2 Stunden gebraucht, um zu realisieren, boah, was geht hier denn ab, wie muss ich denn sein, um auch so cool zu sein, wenn du es so willst. Aber wirklich, es hat Spaß gemacht, die haben mich direkt aufgenommen und haben mir einfach eine schöne Zeit da gegeben. Sehr, sehr schön. Also es war wirklich das Beste, was ich bis jetzt erlebt konnte. Diese ganzen Tage an sich, die Fahrt hin, aber auch zurück. Und das Schlafen in der Halle, das Unterhalten, das Gefühl morgens und insgesamt einfach dieses auch flexibel sein. Und es war einfach toll. Gigantisch. Also es ist unbeschreiblich gewesen, weil es waren so viele Leute, die denselben Glauben haben wie man selbst. Und es wurde einfach alles so riesig aufgezogen, selbst der Start, wo, das habe ich mir am besten im Kopf verhalten, als der Stammapostel auf diesen roten Knopf geschlagen hat und auf einmal ging eine riesige Flammenshow los. Das war einfach nur gigantisch. Voll gut. Auch die Busfahrt hin, das war schon toll, weil einfach aus einem Bezirk die ganze Jugend unterwegs war. Wir haben gesungen, wir haben Spaß gemacht und es war einfach toll. Nach einer Konfirmation hat sich eigentlich jetzt direkt nichts geändert, weil ich halt schon davor sehr aktiv in der Jugend war durch den IOT. Und danach bleibt man ja immer noch in Kontakt und hast du nicht gesehen. Also in den Gottesdiensten natürlich, dass man nicht mehr was reinruft oder so und dass die Musik meiner Meinung nach besser ist. Und sonst bei Jugendwochenenden, dass es einfach in Alters angemessen ist. Also Kinder ist so, ja, man geht um acht, schlafen gefühlt und dann wird eine Geschichte hier vorgelesen. Es werden coole Spiele gespielt. Und in der Jugend ist es einfach ein bisschen für mich altersbetreuer, was ich sehr gut finde. Auch lockerer, das muss ich noch sagen, es ist viel, viel lockerer und das finde ich sehr cool.